Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie sind gekommen, um mein Büro schlecht zu machen. Sie brauchten wohl ein bisschen Abwechslung und hatten gerade kein hilfloses Opfer, das Sie betrügen konnten. Nein, ich bin hier, um Ihren Hals zu retten. Und den jedes unabhängigen Ölmannes in Dallas. Oh, da sollte ich wohl sehr genau zuhören. J.A. als Menschenfreund. Aha. Und was ist da für Sie drin? Meine Rache. Rache an... Weststar. Oh. Sie haben Ewing Oil erledigt und Sie haben gerade Andy Bradleys kleine Firma gekauft. Sie besitzen zwei bedeutende Vermögenswerte, Barnes. Als da sind das Gasvorkommen und Gold Canyon 340. Sie werden bald auch hinter Ihnen her sein. Seien Sie auf der Hut, Barnes. Nachdem Ewing Oil vom Markt ist, werden alle Unabhängigen zum Freiwild für Sie. Ja, und was wollen Sie von mir? Verbünden Sie sich mit mir. Gemeinsam können wir Weststar aufhalten. Es ist durchaus möglich, selbst diesen Giganten zu stürzen. Sind Sie verrückt? Ich soll mich mit Ihnen auf Geschäfte einlassen? Dann kann ich mein Geld ja auch gleich wegwerfen. Ich warne Sie. Machen Sie sich auf Probleme gefasst. Also bitte, bitte halten Sie mich doch nicht für so dumm. Wenn ich eins in all diesen Jahren gelernt habe, dann ist es dies. Lass dich nie auf Geschäfte mit G.R. Ewing ein. In ein paar Tagen schon werden Sie mich flehendlich bitten, mit mir Geschäfte machen zu dürfen. Das wird nie geschehen. Sag niemals nie. Wie viel? Wie viel, wofür? Sie wissen genau, was ich meine. Diese Farm in der Nähe meiner Gasbohrstelle. Ich habe gerade gehört, dass Sie mir das Land vor der Nase weggekauft haben. Ich brauche es. Haben Sie denn vor, Ihre Firma aufzugeben und einem Airbahnberuf nachzugehen? Zum Beispiel Kuhstelle auszumisten oder sowas. Ach, lassen Sie doch Ihre dummen Witze. Ich stecke mitten in den Verhandlungen. Sie wissen doch, dass ich ohne das Wehgerecht das Gas nicht an die Leitung bringen kann. Ja, sicher. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass Sie zu mir kommen würden. Also gut. Wie hoch ist der Preis? Er ist lächerlich niedrig. Ein gutes Geschäft steckt viel Geld drin für uns beide. Ich will Ihre Unterstützung im Kampf gegen Weststar. Das heißt, ich erwarte umfangreiche Aktienkäufe von Ihnen. Und außerdem verlange ich, dass Sie mir danach das Stimmrecht übertragen. Sind Sie verrückt? Nein, ich will Ihnen helfen. Hör sich das einer an. Also helfen wollen Sie mir. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Sie wollen ein doppeltes Spiel mit mir treiben. Kein doppeltes Spiel. Ich helfe Ihnen und Sie mir. Zum Ausgleich für Ihre Gefälligkeit erhalten Sie das zeitlich unbegrenzte Wegerecht für einen Dollar pro Jahr. Ihr eigener Anwalt kann die Verträge abfassen. Da ist doch irgendwo ein Haken. Nein, kein Haken. Keine Falltür. Ein Geschäft. Weiter nichts. Na gut. Ich werde es mir überlegen. Überlegen Sie nicht zu lange. Das Angebot gilt nur eine Woche. Na, haben Sie die Aktien gekauft? Selbstverständlich habe ich gekauft. Sie haben mich ja in der Zange. Was blieb mir übrig? Hier ist die Bescheinigung über den Ankauf der Aktie. Wo bleibt die Gegenleistung? Die bekommen Sie, sobald Sie mir das Stimmrecht übertragen haben. Seien Sie unbesorgt. Ich werde Sie nicht aufsitzen lassen. Ich werde immer so stimmen, wie Sie es wünschen. Davon bin ich überzeugt, wenn Sie das unterschrieben haben. Unten rechts. Wo steht hier etwas über mein Wegerecht geschrieben? Wenn Sie etwas weiter unten nachlesen würden. Sie können doch lesen, oder? Äh, hier steht's doch. Und als Ausgleich für die uns von Barnes-Wendwurst in Bezug auf ihre Weststar-Aktien übertragenen Stimmrechte erhält Barnes-Wendwurst das Recht zum käuflichen Erwerb der... Zum käuflichen Erwerb? Sie haben hier gesagt... Erdgas zum Preis von einem Dollar, über das der Firma J.I. Enterprises gehörende Grundstück zu leiten. Bitte unten unterschreiben. Das weiß ich. Barnes, Sie sehen aus wie ein begossener Pudel. Dazu haben Sie überhaupt keinen Grund. Ich erweise den Unabhängigen damit nur einen Gefallen. Betrachten Sie es doch als Schutzbündnis gegen Weststar. Und wir schützen uns vor Ihnen? Wo ist der? Es tut mir leid, Mr. Barnes. Er ist drin. Mählen Sie mich an. Ach, lassen Sie nur. Oh. Ewing, ich muss mit Ihnen reden. Wer hat den reingelassen? Entschuldigen Sie bitte. Er ist einfach an mir vorbeigestürmt. Die Barnes hatten schon immer schlechte Umgangsformen. Haben Sie die Börsenkurse gesehen, hä? Weststar fällt weiter. Das ist doch halb so schlimm. Halb so schlimm? Der Kurs ist in zwei Tagen um acht Punkte gefallen. Und fällt weiter. Sehe ich aus, als ob ich mir Sorgen mache? Nein, das tun Sie nicht. Vermutlich deshalb, weil Sie Ihre bereits verkauft haben. Ich werde meine auch verkaufen. Ach, wirklich? Ja, ich denke nicht daran, Millionen zu verlieren, nur um Ihnen einen Gefallen zu tun. Aber was wird dann aus meiner Stimmenrechtsermächtigung? Dann werden Sie eben ohne sie auskommen müssen. Oh. Wenn das so ist, werden Sie sich was Besonderes ausdenken müssen, um Ihr Gas auf den Markt zu bringen. Augenblick mal. Ich habe den Vertrag eingehalten. Ich habe Ihre Bedingungen erfüllt. Ja, das weiß ich. Deshalb haben Sie von mir auch das Wegerecht für Ihre Pipeline bekommen. Aber wenn Sie keine Aktien mehr haben, dann habe ich kein Stimmrecht. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann haben Sie auch keine Pipeline mehr. Das können Sie doch nicht machen, G.A. Das wäre nur fair. Ist Ihnen ein Vergnügen, was? Mich immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen? Sagen wir, es ist nicht unerfreulich. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020